Ich kann es selbst noch gar nicht glauben, aber ich bin wirklich hier in New York und auf diesem roten Teppich werden sich gleich die Stars aus Camp Rock tümmeln und ich kann euch sagen, ich bin schon sowas von aufgeregt. Es ist ziemlich verrückt hier, ein langer roter Teppich und tausende begeisterte Fans, die den Film sehen wollen. Es ist ziemlich heiß und aufregend und ich bin richtig aufgeregt hier zu sein. Was ist euer Lieblingssong aus Camp Rock 2? I Wouldn't Change A Thing ist ein cooler Song, der mir richtig gut gefällt. Los geht's! Los geht's! Wir sehen uns! Wie ihr sehen könnt, freuen sich schon alle tierisch auf Camp Rock 2 The Final Jam. Das war's vom roten Teppich aus New York. Tschüss! Wir sehen uns beim nächsten Mal.